Hallo Freunde, die Dani hier. Grüßt euch. Ich möchte euch heute mal eine kurze Einführung an meine neue Webseite geben. Wer sie vielleicht schon besucht hat, da freue ich mich. Aber vielleicht ist jemand dabei, der das noch nicht mitbekommen hat oder sich noch nicht die Zeit genommen hat. Auf jeden Fall möchte ich euch einfach hier kurz zeigen, wie ihr die Seite bedienen könnt und was halt alles drin steckt. Hier haben wir die Hauptseite mit den Reitern Abnehmprogramm, Sportvideos, Allgemeines, Workshopkurse, ein Überwicht natürlich und Danis Club. Diese Hauptseite sind alles mit Videos und Informationen, die kostenlos für euch zur Verfügung stehen. Unter Abnehmprogramm findet ihr hier im Einstieg wichtige Informationen über meine Vorgeschichte, wie ich natürlich zu diesem Ganzen gekommen bin, ein Allgemeines, nicht nur ein herzlich willkommen, sondern wie das Programm grundlegend funktioniert, was meine Aufgabe dazu ist, Verlaufsvideos und das Grundprinzip, um einfach zu verstehen, im ganz einfachen, wie es funktioniert. Im Bereich Sport habt ihr hier ein paar Übungen und Videos, einmal mit Smoothie, wie ich nach fünf Minuten bereits schon schwitze, mein Beweis dazu, Infos zum Sportprogramm und einfach ein paar Übungen aus meinem Waldhäuschen, wo ihr sehen könnt, wie man fünf Minuten Sport so veranstalten kann und wie anstrengend das ist, wenn ihr wirklich mal das auch ausprobiert und mitmacht. Im Bereich Tipps gibt es hier grundlegend auch schon mal ganz viele Kleinigkeiten, die wichtige und wertvolle Inhalte haben, wie mit dem Blutzucherspiegel, das wird erklärt, warum ihr naschen dürft. Trinken, 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 ganz klar weiß jeder, dass das wichtig ist, um erfolgreich abzunehmen und dass man essen, essen, essen kann, weil fünf Mahlzeiten lassen eigentlich keinen Platz für Hunger. Ja, das ist ganz grob im Abnehmprogramm eine Übersicht, womit ihr schon viel anfangen könnt und auch nutzen könnt. Im Bereich Sportvideos haben wir hier die Rubrik Smoothie. Smoothie ist ja ein ganzheitliches Gesundheitstool, was jeden Bereich unterstützt, zur Gesundheit, für den Körper, die Organe werden durchblutet, abgelümpft und 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 natürlich auch die Gewichtsabnahme kann unterstützt werden, wenn wir mit Smoothie arbeiten. Und dazu findet ihr hier auch ein paar interessante Videos mit kurzen Übungen. Hier zum Beispiel 20 Übungen, die ich kurz zeige, was alles so möglich ist und das ist nur ein Bruchteil von den Übungen, die mit Smoothie möglich sind. Bei den Sportvideos natürlich auch Bauch, Beine, Po. Da ist bisher nur ein Video da drin, aber da werden auch viele Übungen angezeigt. Wenn er das mal durchzieht, werdet ihr euren Bauch 1-2 Tage merken. Und allgemein in den Workout habe ich hier 1-2 eingepackt. Nach und nach werden natürlich auch ein paar dazukommen, aber für den Anfang reicht das völlig aus. Bei Allgemeines habe ich hier so Videos, wie man es schon lesen kann, allgemein. Einfache Übungen, die man mal einbauen kann. Hier auch noch mal mein Beweisvideo, wie ich schwitze nach 5 Minuten und zur Motivation natürlich auch ein schönes Video. Denn Motivation und Liebe zu einem selbst ist auch ganz wichtig. Nicht nur für den Erfolg, sondern auch für unser Wohlgefühl. Und das empfinde ich als wichtig. Das kriegt ihr alles hier auf der Hauptseite schon präsentiert. Bei Rezepten ist auch schon ein bisschen was versteckt. Natürlich mehr im internen Bereich, aber hier sind schon tolle Rezepte, die eure Gewichtsabnahme mit verbessern bzw unterstützen. Denn wir wollen ja nicht hungern, wir wollen essen. Und mit dem richtigen Essen kann man auch seine Gewichtsabnahme unterstützen. Bei Workshop und Kurse, da ich regelmäßig Workshops gebe für die Smoothies, ist einfach hier nur zwei Sachen dabei, wo ich halt darauf hinweise, was hier vor Ort bei mir so abgeht. Bereich über mich, ganz klar, gehört dazu, wie bin ich dazu gekommen, was ist mir passiert. Und ja, natürlich auch ein bisschen was ganz Privates. Das Beste ist eigentlich aus dem Ganzen, wo ihr hier schon viel Informationen bekommen, dass wir hier auch meinen Club haben. Dannis Club. Da kann man sich anmelden. Gehen wir hier mal hier drauf. So. Wenn ihr euch hier anmeldet, ihr könnt euch kostenlos registrieren und seht im Inneren, wo wir gleich reinkommen, Videos und Inhalte noch mehr wie vorne. Das sind noch ein paar dazu, die ihr kostenlos nutzen könnt und auch für eure Umsetzung natürlich nutzen könnt. Also man kann mit all den kostenlosen Inhalten bereits sehr schöne Erfolge feiern. Wer alle Inhalte haben möchte, der meldet sich dann nicht nur an, sondern der bucht dann auch den kostenpflichtigen Mitgliederbereich. Hat man sich angemeldet, kommt man in den Mitgliederbereich rein. Ich melde mich jetzt hier mit Facebook an. Das geht dann alles automatisch und schon komme ich in meinen Mitgliederbereich, der auch genauso gegliedert ist wie vorne. Wir haben hier oben in dem Reiter das Abnehmprogramm. Die Workouts, Rezepte, Blog, Webinare und Fragen. Dann die Runden. Ja, also das ist jetzt der freigeschaltete Bereich, wo kostenpflichtig genutzt werden kann. Hier möchte ich gleich zum Anfang sagen, die ersten 50, die sich hier kostenpflichtig mit anmelden und das ist jeweils nur ein Monatsbeitrag, den man dann auch jeden Monat kündigen kann wieder, der kommt hier für 7 Euro rein. Die ersten 50 kommen all diese Inhalte für 7 Euro im Monat. Das ist natürlich ein super Schnäppchen, weil das weitaus mehr ist an Inhalten, was es wirklich wert wäre. Aber die ersten 50 kommen für 7 Euro rein. Der 51. wird schon mehr bezahlen. Das steht noch gar nicht fest, aber wir sind hier ganz jung am Start und daher biete ich euch die Möglichkeit für 7 Euro, da einen Monat lang zu schnuppern, alles mal auszuprobieren, hier und da vielleicht sogar Downloads zu machen, um sich das zu sichern. Dann könnt ihr wieder aussteigen. Aber es ist so viel. Also in der Regel braucht man schon ein, zwei Monate, bis man das alles gelesen hat. Es sei denn, ihr seid permanent zu Hause, habt permanent Zeit. Dann schafft man das vielleicht auch in einem Monat. Schauen wir uns mal allein im Abnehmprogramm kurz an, was da alles drin ist. Wir haben hier im Einstieg natürlich diese 5 Regeln, die wichtig sind, wichtige Informationen zusätzlich, was auch wichtig ist. Wir haben 40 Tipps. Es ist ja ein 40-Tages-Programm, wo wir 40 Tipps haben, praktisch täglich einen neuen Tipp. Die finden wir alle hier. Also ihr seht, das ist eine ganze Menge. Dann haben wir die 5 Minuten Sportprogramme. 40 Stück und die euch begleiten Tag für Tag durch euer 40-Tages-Programm. Und natürlich hier für die Motivation auch meinen eigenen Figurverlauf, wie es angefangen hat, so ganz am Anfang, wie es am 20. Tag aussah und auch zum Schluss, was man in 40 Tagen erreichen kann. So wie auch meine Gewichtskontrolle als Wagenmitschnitt, um mir zu beweisen, was da so passiert. Das ist mir wichtig. Da wurde auch nicht geschummelt, weil bringt ja nichts. Und hierbei kann man nicht schummeln und im Photoshop kenne ich mich nie so gut aus, dass ich das hier so perfekt schummieren könnte, um mich da schön aussehen zu lassen. Habe ich auch nicht nötig. Ich zeige auch, was möglich ist in 40 Tagen und bin immer der Meinung, was ich kann. Könnt ihr auch. Ja, also alleine das sind die Inhalte vom Abnehmprogramm. Das sind über 100 Inhalte. Also das ist schon eine Menge. Und alleine hier diese Lebensmittelliste, weil sie gerade offen ist, sehr wertvoll. Ja, denn wir haben ja hier die Lebensmittelzuordnung. Worauf ist zu achten beim Einkauf? Wie unterscheide ich, was Kohlenhydrat ist, was Protein ist oder Frischkäse? Da erkläre ich ja alles ganz toll. Plus nachstehen die meisten Lebensmittel, die wir so kaufen, die in Deutschland auch sind und wie sie eben zuzuordnen sind. Welche Sachen zum Kohlenhydraten gehören, welche Sachen zu den Proteinen gehören und welche zum Fett. Ja, also viele wissen ja manchmal gar nicht, wo oder was wie einzuordnen ist. Ja, alleine bei den Hülsenfrüchten. Wir stehen zum Beispiel nicht nur unter Gemüse, bei Kohlenhydraten, sondern sind auch alle sehr eiweißreich und kann man auch dem Eiweiß zuordnen. Also diese Lebensmittelliste ist schon mal alleine sehr wertvoll. Ist alles Teil des Abnehmprogramms. Also ihr seht, alleine da steckt schon unheimlich Potenzial. Bei Workouts gibt es auch noch mal einiges. Ich habe hier auch das Smoothie-Trainingstool mit 14, nee, 13 Tage sind es. 13 Tage, 5 Minuten mit Smoothie. Das ist auch ganz neu. Das habe ich auch draußen nirgendwo zur Verfügung gestellt. Das ist nur hier im internen Bereich zu finden. Jeweils fünf Minuten mit Smoothie, um halt da auch noch mal den Effekt zu steigern und aus einem normalen fünf Minuten Programm, wo man ordentlich in Ballon kommt, mit Smoothie noch mal mehr rauszuholen. Es ist einfach unglaublich, was dieses kleine Tool in sich hat. Bei Bauch, Beine, Po haben wir hier noch mal einfach den sexy Bauch. Workouts Körper sind die 18 Übungen vom Ganzkörper-Workout. Das sind auch alles die Sachen, die ihr vorne mitfindet. Und mein Gewichts-Workout. Hier kommt natürlich nach und nach was hinzu. Und deshalb, überall wird was hinzukommen. Wird auch natürlich der Preis steigen, weil die Informationen und die Inhalte und die Wertigkeit natürlich auch der Seite steigt. Also ja, da reinschauen. Bei Rezepten bin ich gerade drüber. Wird auch aufgeteilt im Frühstück, Mittag, Abend, Snack, Süßes und Smoothies. Hier bei Smoothies war ich schon fleißig und habe hier Smoothie-Rezepte auf einen Blick. Das sind zehn oder zwölf, ich weiß jetzt gar nicht genau. verschiedene Rezepte drin, mit Anregungen, was da rein kann und welche Wertigkeit es natürlich hat. Also da sind auch schon ganz tolles Smoothie-Rezepte drin. Lecker, lecker, lecker. Und ja, Kikker-Sommer steht ja dann auch bald vor der Tür. Da macht sich das sowieso super. Also hier wird überall auch noch was hinzukommen. Da bin ich gerade drüber. Das wird wachsen und genauso viel Inhalt nach und nach erhalten. Das ist eure Chance, euch auch mit einzubringen. Wer geile Rezepte hat, bin ich immer sehr offen dafür. Wenn es passt zu dem Programm, wird das hier mit aufgenommen. Sehr gerne mit eurem Namen und dürft ihr ein Teil des Ganzen werden. Da würde ich mich natürlich freuen. So, im Bereich Blog haben wir hier nochmal zwei Rubriken. Und zwar den Einstieg in Tipp und Schrift. Da sind nochmal Sachen dabei, die ihr euch auch ausdrucken könnt per Download. Und ja, auch hier nochmal die Lebensmittelliste ausführlich mit sämtlichen Inhalten. Also das ist sehr, sehr wertvoll. Und bei Wissenswertes sind halt sehr gute Inhalte in Form eines Blogs zu finden. Zehn super Tricks im Alltag zum Beispiel. Ja, Blutzuckerspiegel und Wunschgewicht. Hier hängt das zusammen. Motivation, dass man auch an sich denken muss. Ganz klar. Magnesiummangel. Den Artikel habe ich meiner Mama gewidmet, als sie mich fragte, wie es denn mit Magnesium aussieht. Weil ja, meine Mama nur auch schon über 50 ist. Und auch hier und da an Krämpfen leidet und Verspannungen. Ganz klar. Dann habe ich gesagt, Mama, ich setze mich hin und arbeite dir was aus. Das ist im Endeffekt daraus entstanden. Meiner Mama zuliebe. Und ein toller Artikel. Da bin ich sehr stolz drauf. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn lese, weil ich an meine Mama denke. Meine zehn besten Tipps fürs Frühstück. Wie man sich selbst motiviert. Stoffwechseltyp Kohlenhydrat. Das ist auch sehr super. Stoffwechseltyp Gemisch. Stoffwechseltyp Kohlenhydrat. Stoffwechseltyp Protein. Jeder ist ein anderer Typ. Und je nachdem sind auch andere Lebensmittel für einen interessant. Ja. Und die kann man sich dann hier per Download runterladen. Das heißt, diese Lebensmittelliste, die vorne ist, zeigt nochmal auf, welche Lebensmittel besonders gut für den jeweiligen Typ sind und welche Lebensmittel dann auch diesen Typ unterstützen mit der Gewichtsabnahme. Ja. Und ja, das ist einfach super. Bei Webinaren habe ich im Hintergrund schon was vorbereitet. Noch ist nichts drin. Aber wird nach und nach kommen. Und freue ich mich schon drauf. Bei Frag Dani ist auch noch nicht gestartet. Hier ist der Bereich, wo wenn dann einfach ein paar auch auf der Webseite sich bewegen und auch vor allem im internen Bereich regelmäßig mal einmal im Monat am Anfang ein Video zusammengeschnitten wird, wo ihr mich mit Fragen persönlich löchern könnt. Ich habe hier keine FAQs oder sonstiges. Also solche Fragen, so typische Fragen, die immer gestellt werden. Sondern ich möchte die euch beantworten und das persönlich in einem Videoblog, der dann halt jeweils auch hier aufgelistet wird. Dann steht dann da halt erster Block, zweiter Block, dritter Block. Und jeder, der neu hier auf diese Seite kommt, kann dann hier in dieser Frag Dani-Runde sich diese Videos anschauen und seine Fragen, die er hat, werden vielleicht durch dieses Video selber schon beantwortet. Und das Schöne dabei ist, ich kann in eine Interaktion mit euch gehen, kann euch ein bisschen kennenlernen und kann halt mit meinen Händen voller Energie rumfuchteln. Also ich finde, das hat was Persönliches, ist nicht so unpersönlich, als einfach so ein FAQ-Bereich. Und ja, finde das wirklich eine gute Geschichte. Wie funktioniert es hier oben auch nochmal? Ein Überblick, wo ich euch das nochmal alles erkläre, wo ihr was findet, wo was steckt und steht. Ja, und runde das Ganze eigentlich auch ab, um sich sehr gut zurechtzufinden. Also, wer da Interesse hat, sieben Euro, die sind gut investiert, der kann von diesem Ganzen seinen Nutzen ziehen und ja, wirklich Erfolge feiern. Und ich stehe euch immer bei der Seite und werde euch immer versuchen zu helfen, so gut es wie möglich ist und freue mich auf euch auch. Wer sich hier dann anmeldet in diesem kostenpflichtigen Bereich, bekommt den Zugang in der Facebook-Gruppe und kann sich dann da mit den anderen auch untereinander austauschen. Was ich sehr wertvoll finde, denn man tauscht sich da über seine eigenen Probleme aus, man hilft sich untereinander schon und ich kann noch hier und da einfach etwas Positives dazu tun. Also, ich würde mich freuen. Ja, wenn ihr einfach mal reinschaut und ja, natürlich auch über einen Kommentar, wie ihr diese Präsentation jetzt hier fandet von meiner Webseite, fände ich toll. Und wenn euch das Ganze gefällt oder auch die Aufmachung oder was eben an Inhalten hier zu finden ist, würde ich mich freuen, wenn ihr das liked und teilt. Das wäre natürlich super. Also, in diesem Sinne, sportliche Grüße, heute scheint die Sonne, ich wünsche euch was, bleibt schön gesund und ja, ciao. Bis zum nächsten Mal.